Eine Sitze mit den Seiten Wappen, W und Zeit, Z wird zahlbar gebrochen. Welche Ergebnisse sind möglich? Strukturieren Sie die Ergebnissfänge mit einem Lüge. Mit einem? Genau das. So, jetzt die Frage, wie sieht der Baum aus? Die sind einer mit zwei, sprechen das hier bei BZ. Soll ich weiter? Ja, immer weiter machen. Dann nochmal zwei. Und zwar bitte in der gleichen Reihenfolge. So, also so sieht der zugehörige Baum aus. Das ist die Strukturierung. Ihr wisst ja, es ist nicht nur ein Baum, sondern dahinter verbirgt sich gleichzeitig eine Tabelle. So, hier steht Ergebnis drüber. Welches Ergebnis habe ich hier? Erste Reihe. Ich habe die Frage, wo steht da WZ? Ja. Weil da ja auch WZ steht. Letzte Reihe. Z steht für Zahl. Genau das. Ja, und das heißt, wenn ich eine Münze werfe, kann Wappen oder Zahl rauskommen. Also wenn ich eine Münze werfe, kann Wappen oder Zahl rauskommen. Das ist die erste Münze. Wenn ich die zweite Münze aber werfe, kann wieder Wappen oder Zahl rauskommen. Und so sieht es aus. Und jetzt steht hier ein Ergebnis. Was ist hier das Ergebnis? Dritte Reihe. Genau, W, W. Dann hier WZ, ZW und ZZ. Das ist die Ergebnismenge. Also der erste Teil will die Ergebnismenge haben. So, jetzt gehen wir weiter und reden über Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich eine Münze hernehme, die einigermaßen ideal ist. Welche Wahrscheinlichkeit hat dann der Wappen? Einhalb. Genau das. So, welche Wahrscheinlichkeit hat dann Zahl? Einhalb. So, und das pflanzt sich hier im Baum fort. Das schreibe ich jetzt hier überall dran. So, und jetzt würde ich gerne wissen, was ist die Wahrscheinlichkeit von W, W. Letzte Reihe. Und wie rechnen wir das Viertel? Mit einhalb mal einhalb. Weil das hier die Malrichtung ist. Das ist die Malrichtung. Einhalb, einhalb. Da kommt also einhalb mal einhalb raus und das ist ein Viertel. Das ist die Wahrscheinlichkeit von W, W. So, und so geht es genau hier gleich. Hier kommt auch einhalb mal einhalb. Also hier kommt die Wahrscheinlichkeit ein Viertel raus. Hier kommt die Wahrscheinlichkeit ein Viertel raus. Und hier kommt die Wahrscheinlichkeit ein Viertel raus. Warum ist denn das überhaupt kein Wunder, dass das so rauskommt? Warum ist es ein Halb? Diese Wahrscheinlichkeit. Ich habe eine Münze, die besteht Wappen und auf der anderen Seite Zahl. Und wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass ich Wappen werfe? Kostetieren, Halbwasser. Genau. Ja, nicht immer fragen. So, warum ist es nicht verwunderlich, dass sie überall ein Viertel steht? Ja. Weil es eine von vier Möglichkeiten ist. Genau, richtig. Das heißt, das, was wir hier haben, ist das, was wir eine Gleichverteilung genannt haben. Oder ein Laplace-Experiment. Das heißt, das ist eine Gleichverteilung und da kommt dann das hier raus. So, war es das mit der Aufgabe oder geht es noch weiter? Das war es. Da steht noch das Wort Wahrscheinlichkeitsverteilung. Was ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung? Was ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung nach Schmidt? Das ist eine Tabelle. Diese Tabelle hier. Diese Tabelle ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Die Tabellen sind manchmal so und manchmal so senkrecht. Das heißt, die Tabelle ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das ist in dem Fall jetzt ein Halb oder ein Viertel. Es kommt darauf an was. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Beispiel zuerst Wappen und dann Zahl habe, das notiere ich so, das ist ein Viertel. Das ist nämlich diese Wahrscheinlichkeit hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich im ersten Wurf Wappen habe, das ist der und der. Also ein Viertel plus ein Viertel und das ist ein Halb. Das kommt drauf an, kommt auf die Aufgabenstellung drauf. Sonst noch eine Frage?